Willkommen zurück Leute zu Minecraft Miro 3, natürlich wieder mit Juli. Guten Tag. Hallo. Und ich bin da mit Gena von Server in 3, 2, 1, jetzt. Und im letzten Part hatten wir ja so einen kleinen Nintendo-Videospiel-Talk. Und mal schauen, was sich heute so ergibt. Ich bin noch irgendwo in einer Höhle und versuche jetzt hier Diamanten zu finden. Ich hätte vielleicht gesagt, dass wir das Thema Musik nehmen. Musik. Oh, das ist ein böses Thema. Warum? Warum? Weil da gibt es so vieles. Nicht. Ja, ja, egal. Aber bevor ich das mache, zum letzten Part noch einen Nachtrag wegen der Zelda-Timeline. Also ich habe gerade eben nachgeguckt. Also, ich müsste es aufmachen. Also erstens, es gibt vier Spiele, die halt normal sind. Das ist Skyward Sword, dann kommt Minish Cap, Four Swords, dann Ocarina of Time und dann teilt es sich auf nach Ocarina of Time. Stimmt, ja. Gennendorf wird wiederbelebt, stirbt und, ähm, das ist doch auch egal, ich mache die einfach fix auf. Und, ähm, das, also der Held wird besiegt, der Held ist erfolgreich und der, und der Gennendorf wird wiederbelebt. Und die erste Timeline ist nicht die, wo ich gelabert habe mit Wind Waker, Hourglass und dann Spirit Tracks, sondern die erste ist der Link to the Past, Seasons, Ages, Awakening, Legend of Zelda und dann dieses Fake-Ding da. Wenn du weißt, was ich meine. Das Fake-Ding? Ja, hier, äh, Fake-Ding, ich meine, dieses neue Ding. Äh, Breast of the Wild? Ne, ähm, sondern hier dieses etwas Adventure of Link, genau. Ach so. Ja, das ist ja auch, weil jetzt habe ich auch angefangen zu spielen, aber ich hatte im ersten Dungeon schon keinen Bock mehr, weil das einfach... Ja, ich habe, ich muss als Bestrafung spielen, ich kam auch nicht weiter als den ersten Dungeon, weil mich da die Viecher alle umgebracht haben. Allein dahin zu kommen, war einfach so, ich habe versucht durch so eine Höhle zu kommen, ohne eine Lampe, und das muss man, glaube ich, machen, weil die Lampe hat es erst nach der Höhle, und dann muss man ohne Lampe durch die Höhle, da waren unsichtbare Monster und so, der war so, Mann, so komplett random alles. Das ganze Spiel ist random. Ich glaube, ich, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Strike, weil ich aus der Folge kurz rausgetappt bin. Ach wie schon. Ich stand ja nur rum, ich habe nichts gemacht, man konnte sehen, dass ich meine Mauszeuge bewegt habe. Dann ist das in Ordnung. Ja, hatte ich ja, aber bei mir auch, ich habe ja mit Yannick noch geschrieben. Auch wie einfach mal, wenn nicht, tue ich einfach eine Kiste mein Zeug. Boah, tu ja einfach weg, ihr krieger ins Strike. Richtig. Ja, du musst ja nichts sagen, ne? Aber zurück zum Thema Musik. Ja, was hörst du denn so von Musik? Oh, ich höre eigentlich alles, also alles, außer jetzt vielleicht Schlager, also von Pop über, also Charles mittlerweile nicht mehr so wirklich, war es irgendwie alles gleich. So ein bisschen Richtung Rap und Hip-Hop, aber kein Deutschrap. Und Videospielmusik, sowas, aber eigentlich alles bunt durchmischt, kann man sagen. Ich sag mal so, Videospielmusik höre ich eigentlich gar nicht. So vom reinen Ding her, ich höre nur sehr wenig Tracks. Höchstens von Fire Emblem, aber da gibt es auch ein paar Tracks, wo auch Leute wirklich singen. Zum Beispiel bei Fire Emblem Heroes im Ladebildschirm, weil es noch zusätzliche Daten runtergeladen werden mussten, aber wie ich das auch in einer halben Stunde anhören dürfen. Ich mein, das Fire Emblem Fates prägt ja ein gutes Lied hier, You are the Oceans, Grey Waves. Ja, und diejenigen, die das singen, wenn die das singen, dann legt sie einen Fluch auf sich, oder die hatten einen Fluch auf sich, und dann kriegt sie immer sehr starke Schmerzen. Ah, ich glaube dann dementsprechend wird sich das Lied bestimmt daran. Nö. Nö, schade. Das ist so ein, das ist so ein sanftes Lied, das ist so. Oh Gott, hier ist ein, Alter. Oha. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich, ich höre, ich schließe mich hier an, ich höre wirklich alles. Also jetzt vielleicht wirklich Charts, kommt drauf an, ich höre halt die Charts jede Woche an, die ersten 20 Plätze, und dann gucke ich halt, was mir so gefällt. Aber eigentlich hast du recht, das oftmals dasselbe. Es gibt immer zwischendurch so ein paar, die stechen raus, wo ich denke, hey, das ist immer was cooles, irgendwie was eigenes, aber irgendwie das meiste so relativ gleich. Ja. Was ich, ich sag mal, was ich auch ab und zu mal gerne höre, sind so 80er, 90er, 70er. Ja, das stimmt. Weil ich finde, das ist noch irgendwie so, ich weiß nicht, die Lieder kennt man irgendwie aus dem Radio, und die haben irgendwie noch alle so was eigenes, sind nicht so alle gleich. So ein Flair. Ja, genau, genau. Das ist, manchmal habe ich ja auch so, denke ich mir so zwischendurch, ach, weißt du, jetzt so ein paar alte Songs, aber so alt ist es ja noch gar nicht eigentlich. Ja doch, wenn man überlegt, ich sag jetzt mal so, so wirklich angefangen mit Musik, späte 50er, ja, späte 50er, Anfang der 60er. Das sind die Ältesten, die ja, ja gut, ich rede von mit Sprechgesang, ja, ich rede jetzt hier nicht von Mozart, Beethoven und Schumann oder wie sie alle hießen. Oder Wagner, oder Schubert, ach, es gibt viele. Sondern halt wirklich mit Sprechgesang, das sind die Ältesten, da jetzt hat man auch so 60 Jahre immer so ungefähr. Ich meine, das älteste deutsche, bekannte Lied ist ja hier Marmorstein und Eis in Bricht. Wie alt ist denn das schon? Das ist von 1965. Echt ist, boah, 65, hu, okay. Ich weiß gar nicht, weil das gesungen hat. Hau raus. Richtig deutscher Name, nämlich hat das gesungen Traffi-Deutsche. Ach so, natürlich, schon gehört den Namen, klar. Ich glaube, ja, und damals haben die Radios dann ja noch eher so klassische Musik gespielt, beziehungsweise waren rein informativ gedacht. Und dann kam halt dieses Lied raus. Und Antenne Bayern wollte das Lied spielen, weil es da drin angeblich einen sprachlichen Korrektheitsfehler gab. Hier, es singt ja Marmorstein und Eis in Bricht, aber eigentlich heißt es ja Marmorstein und Eis in Bricht. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist mir noch nicht aufgefallen, aber es stimmt. Richtig. Und deshalb wollten das nicht spielen. Als ob, ey. Ja. Wenn die wüssten, heutzutage solche Rapper, die da die halben Wörter weglassen und so irgendwelche Slang benutzen, die hätten sich ja... Aber wiederum, wiederum ist es auch sehr geschickt, denn das ist eine stilistische Figur, was der Herr Traffi da benutzt hat. Ah ja, Stimmittel sind sowieso mein Fachgebiet. Echt? Nein. Sagen wir so, denn Marmorstein und Eis in Bricht. Da hat er eine, meiner Meinung nach hat er da eine Ellipse benutzt, indem er erstens gesagt hat, ich lasse das weg, wenn ich sage, er wüsste es ja eigentlich Marmor bricht, Eisen bricht und so weiter, aber er lässt das weg und das ist halt eine Ellipse. Also eine Ellipse, für diejenigen, die es sich wissen, das ist, wenn ich einen Satz sage und einen Teil weglasse. Genau. Das ist dann eine Ellipse. Und das ist dann auch ein elliptischer Satzbau. Ich könnte jetzt nicht ein direkter Beispiel nennen, das würde mir nichts einfallen. Oder ich, genau, oder ich zum Beispiel, ich werfe das Messer und du stirbst. Dann lasse ich das vielleicht nach dir weg, was ich vielleicht mit benutzt habe. Warum sterbe ich denn? Ja, Beispiel. Ja, war gar nicht mal so schlecht das Beispiel. Ich kenne das nur aus dem Lateinunterricht, da fehlen ständig irgendwelche Verben und dann heißt es, ach guck mal, eine Ellipse. Ja, richtig. Toll. Ich kenne das ja aus dem Deutschunterricht und ich sage mal so, ich liebe es persönlich, liebe es mit so rhetorischem Figuren zu gehen, das bedeutet, die zu benutzen und so, aber das ist jetzt nicht Thema. Und deshalb schulisch. Ja, richtig. Traf die Deutschen, ne? Und was mich, was mich halt auch sehr geprägt hat, von meinem Vater waren halt die Beatles. Die habe ich nie gehört, auch bei mir zu Hause hat nie jemand Beatles gehört. Leider nicht. Mein Vater ist ein sehr großer Beatles-Fan und ich schon seit Kindheitstagen habe ich diese Lieder da im Ohr. Und mein Vater ist ja auch zu der Zeit aufgewachsen, kann man nicht sagen. Er ist 68 geboren. Leute, der Wahrheit. Okay, da kommt einfach jemand kurz rein. Da ist er jetzt derzeit geboren und hat es aber erst später mitgekriegt. Aber ich muss sagen, ich habe es ja den Musikgeschmack von meinem Vater übernommen, muss ich dazu sagen. Und ich bin da auch dankbar, weil von meinem Vater würde ich so viele gute Beatles, die da nicht kennen. Und ich habe wirklich ein paar Lieder von den Beatles, die ich wirklich sehr gerne mag. Ich glaube, ich höre mir die nachher mal an, wenn ich dran denke. Wollte ich schon länger mal machen. Ich weiß nur, mein Opa hat früher, ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, hat der immer Queen gehört. Daher kenne ich Queen und ABBA. Und das fand ich auch immer ziemlich cool irgendwo. Auch wenn, die sind glaube ich aus den 70ern, aber ich bin mir nicht sicher. Da sind sie aber noch ein bisschen mehr. Ist auch irgendwie cool. ABBA ist 70er und das Gute ist, ich habe wirklich eine prägende Musikgeschichte bei mir in der Familie, denn meine Mutter ist wirklich großer Queens-Fan und auch großer ABBA-Fan. Und deshalb weiß ich über diese Bands wirklich ein bisschen was. Ein bisschen. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass ABBA wurde halt erst berühmt durch ihr Lied Waterloo. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr. Und ja, die Buchstaben, also ihr ABBA, entschließt sich ja aus deren Anfangsbuchstaben. Ich weiß nur, dass einer Björn heißt und einer heißt Anne Fred. Sehr dankbar mit diesem Namen, ist sie bestimmt. Anne Fred. Nein. Ja, richtig. Die kommen ja auch aus irgendeinem nordischen Land. Ich habe auch vergessen, welche. Ich glaube Schweden. Oder den nicht mal. Ich glaube Schweden was. Weißt du, welche Band auch aus Schweden kommt? Bestimmt ganz viele Bands kommen aus Schweden. Ja, oder ob es direkt Schweden war. Ich weiß es gar nicht. Aha. Echt die sind aus Schweden? Ja, Schweden, Norwegen oder sowas. Wenn ich gedacht habe. Die sind auch cool. Oder waren. Ich glaube, die sind ja nicht mehr. Doch. Die sind auch aktiv. Echt? Die gibt es. Also sind auch so als Band oder. Ach nee, das war hier wie hieß. Wie hieß denn die? Die sich geht ab. Irgendwann die hieß so ähnlich. Jetzt ich mal irgendwann. Getränke war das denn. Ich kriege es nicht mehr auf. Aber hafen die auch cool. Ist richtig. Ich habe die auch letztens wieder entdeckt. Und Queen auch. Ich meine, Queen ist ja wirklich hier mit Freddie Mercury. Mhm. Und der ist ja leider sehr früh verstorben. Ja, er lag ja auch an seinem gelebten Leben, was er getan hat. Mhm. Weißt du, woran er gestorben ist? Nee. Er ist an Aids gestorben. Echt? Ui. Ja. Da war, der war ein sehr harter Frauenheld. Das sah er ja auch irgendwie aus. Mhm. Und der ist dann 1991 an Krebs, äh, an Krebs, an Aids gestorben. Oh. Also, falls ihr gerade gar keinen Plan habt, wer Queen ist und ihr nicht wisst, was die so gemacht haben, We Will Rock You sollte euch möglicherweise im Begriff sein, dieses. Das kennt man, glaube ich. Oder We Are The Champions. Genau, das gibt es auch noch. Verdammt. Verdammt. Übrigens habe ich mir überlegt, falls wir das gewinnen, suche ich mir ein Kava und hinterlege das einfach. Das wollte ich so oder so machen. Ich habe mir schon Musik rausgesucht für den finalen Kampf. Ich sage noch nicht, was ich verwende, aber das wird cool. Also sollte es für den, nicht für den finalen Kampf, sollten wir es nicht ins Finale schaffen, für den letzten Kampf, den wir bestreiten. So. Ist halt nicht der, wann Lava. Oder ein Zombie Pigment, hm? Oh, weißt du, ich habe keine Spitzsacke mehr, egal, dann Lava ich jetzt nur noch. Weißt du, was ich auch wieder letztens entdeckt habe, so Musik aus, so Kindershows, zum Beispiel, Lazy Tone. Ja, das habe ich manchmal so Anfälle, da gehöre ich mir jetzt auch mal wieder an. Richtig. Und ich habe so zwei Lieder gefunden, die gefallen mir sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Zum Beispiel hier. You are a pirate, you are a fiddle lady. Being a pirate is all about to be. Being a pirate, because you are free. You are a pirate, you are a fiddle lady. So, ich habe mich verlaufen, die, pio. Kann mir nicht passieren, ich bin aber nur gerade ausgelaufen für 500 Blöcke oder so. Wow, alter. Oder Mini-Ton. Oder was ich halt auch dieses, wo sie da so im Zelt übernachten, und dann dieses Seed kommt hier mit diesem Bibi-Tipu und so, was ist das? Das kenne ich gar nicht. Sicher, ich glaube, wenn ich die Zeit kennst, ich bin ein ganz schrecklicher Sänger. Nee, ich habe nicht so viele Kinderserien gesehen und habe mich auch vor allem zumeist auf Kika rumgetrieben. Und zum Beispiel auch nie wirklich Spongebob oder so gesehen. Einfach, ich kannte es halt nicht. Und deswegen habe ich dann nicht so die Erinnerung mit. Aber, ja. Gary, komm rein. Also ich kenne Spongebob schon, ich kenne auch ein paar Folgen. Irgendwie eins, wo Sandy versucht, ohne ihre Glocke zu atmen, das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich weiß gar nicht, warum. Aber, das weiß ich noch. Vielleicht, weil du Angst hattest, dass sie wirklich stirbt. Das kann natürlich sein. Das kann sogar wirklich ziemlich gut sein. So ein kleiner dummer Eric denkt, nein, bitte nicht. Genauso habe ich natürlich geredet. Ich muss ja mal meine Stimme zeigen, als ich Elfer. Zum Glück gibt es davon noch Videos. Ich müsste auch noch irgendwas irgendwo, auf irgendeinem alten Medium, irgendwas gespeichert haben von damals. Ich habe die wirklich auf YouTube verfügbar. Deshalb, ja. Ja, da ist mein 8, das ist das, was ich jetzt noch anschauen kann, glaube ich. Da bin ich, lass mich lügen, 14. Also, das ist dann schon ein bisschen 8er. Ja, also ich war 11 und dann 13 und so. Also, bei mir geht es schon ein bisschen weiter zurück. Ich setze den Link nicht in der Beschreibung, weil, ja. Das ist auch bis jetzt mein erfolgreichstes Video, was ich bis jetzt gemacht habe, ehrlich gesagt. Oh. Krass. Ich habe mich übel verlaufen. Egal. Okay, das soll es gewesen sein für die heutige Folge von Minecraft Miro 3. Guckt dann beim nächsten Mal wieder rein. Und theoretisch könnt ihr uns sogar auch Themenvorschläge schreiben. Nur vielleicht so, irgendwie, falls es nochmal solche Farben folgen, also es gibt nochmal solche Farben folgen. Es wird fast nur noch solche Farben folgen geben, leider. Aber in Folge 25 oder 26, so um den Day, soll es das Finale geben, wie auch immer das dann genau aussehen wird. Genau. Aber sonst, danke fürs Zusehen. Guckt dann nächstes Mal wieder rein. Und ich sag ciao. Tschüss.